Was ist der furchtbare Terrorangriff der Hamas auf Israel? Die Stadt Karlsruhe hat in vielfältiger Weise ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht. An der von Kirchen und der jüdischen Kultusgemeinde initiierten Mahnwache konnte ich sprechen und alle Gemeinderatsfraktionen haben teilgenommen. Wir haben eine sehr eindrucksvolle Schweigeminute zu Beginn unserer Gemeinderatssitzung gehabt. Wir haben unsere Flaggen auf Halbmast gesetzt und mit Trauerflur versehen. Jetzt stellen wir fest, der Terror hört nicht auf. Es gibt einen Terroraufruf der Hamas. Und da wollen wir jetzt zum Wochenende hin beim Stadtfest ganz eindeutig Flagge zeigen und haben gestern die Israel-Flagge auf dem Marktplatz gehisst. Es darf kein Zweifel daran geben, dass wir hier eindeutig Solidarität bekunden, dass wir bei den Menschen in Israel sind. Und ich darf Sie aufrufen, trotz des Feierns auch ein Stück weit daran mitzuwirken, dass wir hier uns nicht auseinander dividieren lassen, dass wir gemeinsam für Israel und für den Frieden im Nahen Osten einstehen und uns das auch an diesem besonderen Wochenende immer bewusst bleibt. Vielen Dank.